Zwei Männer Angesicht zu Angesicht decken sich abwechselnd mit schallenden Ohrfeigen ein. Fünfmal das Ganze. Ein Punktrichter entscheidet, wer besser einsteckt. Willkommen bei der Ohrfeigenmeisterschaft des Sportfestivals Siberian Power Show im sibirischen Krasnoyarsk. Der ungewöhnliche Wettkampf findet nach 2018 zum zweiten Mal statt. Wir saßen zusammen und haben überlegt, wie wir noch mehr Abwechslung in unser Festival bringen können. Wie wir Sport noch interessanter machen. Wir haben Sportzonen und Entertainment-Bereiche. Wieso sollten wir es nicht mit Ohrfeigenwettkämpfen versuchen? Zehn Schmerzunempfindliche sind insgesamt angetreten. Fünf von ihnen mussten die Sanitäter helfen. Gewonnen hat den Contest Anatoly Galuschka, ein Barkeeper. Es geht so schnell, ein stechender Schmerz und du sagst dir selbst, komm schon, das schaffst du. Also bleibst du standhaft, fokussiert und machst weiter und der Schmerz verschwindet. Anatoly kann sich über umgerechnet 350 US-Dollar Preisgeld freuen. contaen die Sanitäter Vielen Dank.